Moin Leute und herzlich willkommen zum nächsten Part des Arena-Leiter-Duells. Heute Combo gegen Thulia. Ich bin Combo. Das wird eine insane Combo. Okay, ich bin sehr, sehr gespannt. Ach, das war ein Witz gerade, ne? Ja, ist schon. Man kann ja alles sagen, ne? So, ich nehme mal die Jungs mit und dann gehen wir rein. Heute natürlich wieder 4 gegen 4, ihr wisst Bescheid. 6 gegen 6, erst im Finale und im Kampf um Platz 3. Und für diese tolle Idee, lass doch mal einen Like da. Wir haben guldene Kaperdude. Aber du hast nicht eins im Team. Warum? Ich habe nicht da. Verbuch. Florgel. Wer bin ich? Florgel. Ne, wie heißt ich? Thulia. Ah, stimmt. Andi, Loser. Und du bist echt Loser. Pelile. Was sagst du zu Psyopatensen? Das ist nicht Roba Psyopatensen, das ist dein Bruder Psyopatensen. Oh ja. Ist der auch so scheiße mit Schauspielern? Äh, ja. Perfekt. Guck ich mir an, wie schlecht er Schauspieler hat. Boah, das ist echt schlecht. Du denkst, der ist ein Strauß. Aber er kratzt. Aber der ist es auch. Boah, wenn du vorher den hin gehabt hättest, ne? Ey, der gezinkte Wurfel. Ja, wirklich. Alter, Crit auch noch. Die Scope-Linse. Mann. Alles, let's go. Der gezinkte Wurfel ist das. Was für ein Regen eigentlich? Hallo, ich bin ein... Knochen hat es direkt hinterher. Ich bin die längste Animation der Welt. Es hat AG Loser verfehlt. Schlecht. Echt? Ja. Nächste Frage ist auch so. Wäre auf den anderen Fee geiler gewesen. Ja, wäre gefährlich gewesen. Sagen wir mal so. Wäre gefährlich gewesen. Mann, Mann, Mann. Oha. Boah, ich hab kurz gedacht. Ich hab Philippa gesehen und Gefriertrockner gelesen und dachte, oh sch... Aha. Aha. Wichtig und richtig. Wichtig und richtig. Egal. Ich hab ne krasse Strategie noch. Die Holt-Ketten sind da wieder raus. Okay. Siehste? Patsache. Krass. Das Ding schneller als gedacht. Nein, Philippa. Ich bin eigentlich froh, wenn Kombu raus ist. Ich hab keinen Bock auf dieses Wasser-Team. Es stinkt so sehr. Ich muss wirklich sagen, das Psycho-Team von ihr, ich mag sie gar nicht. Ja. Aber das ist so cool. Ja. Nächster fünfhütten Move. Alter. Bam. Das ist schön im Regen, Alter. Bam. Der Crit wieder. Wieder auf den vierten Hit. Alter. Und der fünfte Hit daher. Okay, scheiße. Es reicht. Ich bin nur gezinkte Würfel. Ja. Gezinkte Scope-Würfel. Okay, ist jetzt nicht geil, aber ist okay. Ja. Guck mal den. Okay. Krabil und Mask. Krabil und Mask. Und Pseopetten sind. Das sind sie, Alter. Das sind sie. Das sind sie. Let's go. Ach, du Scheiße. Ne Wasserkröte. Ne Wasserkrabbe. Oh, sorry. Verwechselt ihr immer. Oh Gott, der ist so hässlich. Ich sag ganz ehrlich, der ist sogar noch hässlicher als Fulintente. Wenn man ganz ehrlich ist. Also nicht, dass Fulintente schön ist, aber wenn man ganz ehrlich ist. Ich bin mal weg, ne? Ja. Ciao. Ciao. Vergrab dich mal für ein schlechtes Schauspiel an. Florgel. Ja, ja. Äh, Donnerorkan. Was ist ein Florgel eigentlich? Erstaunung. Flinsch. Eine Florgel. Eine Florgel. Macht diese Musik. Ja, ja. Okay. Was denn? Uuuh. Memo. Da will ich jetzt nicht viel machen, oder? Florgel hat die höchste Schwertzlepp in Karmic und Kurkur. Tatsache. Ja, ja. Er ist auch ein geiler. Du, die Schock ist okay. Kann man mit leben. Das könnte jetzt aber auch mal irgendwie meine Strat langsam funktionieren. Das könnte aber auch einfach mal jetzt Ruhe sein. Bumm. Aus. Der mächtige Schaufler. Florgel. Flohelkanonade. Mächtig. Im Regen. Boah, stell dir vor, wäre nicht im Regen gewesen. Das schaden wir noch. Ja. Hm. Hat auch so mehr gemacht, als ich dachte. Kiss mit Wunsch. Boah. Äh. Ist das ein... Ja, ist speziell, glaube ich. Stahl oder Psychomotor? Nee, nee. Stahl. Stahl, ja, ja. Dabelflaugel. Wow. Aua. Krass. Oh, wow. Das war... Oh, und da klockt die Muschel sogar. Wow. Oh, mein Gott. Sie ist gelockt aber richtig. In Rain. Wann kommt den Kiss mit Wunsch? Noch nicht den Turn, ne? Den da raufkommen. Och, doch, 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 doch. Nee. Da kommt jetzt zwei Turns nacheinander. Genau. Was? Okay, ich konnte eh nicht heran. Unterwechseln. Ich bin gelockt. Eissplitter. Du bist gelockt? Achso, du musst es aussetzen. Ja. Ja, 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 ja. True that. Komm schon, Florgel, bitte. Florgel. Na, schwa... Oh, der hat sich geteilt. Hast du das gesehen? Der hat sich gerade filetiert selbst. Oh, so ein dreckiger. Kravillen Mask. Ach du Scheiße, er ist so übermotiviert. Oha. Oha. Er schnell. Nein, jetzt. Och, nö. Das ist Kopierkraut. Der hat nicht nur Kopierkraut. Ach, ne, ach, du hast ja diese komische Dings, ne? Ja. Farrig Bang, da ist er ja wieder. Farrig Bang, die Legende. Die Legende. Ja, es wird jetzt langsam Zeit, hier mal ein bisschen Gas zu geben. Ja, jetzt muss natürlich Geterra werden, bevor der Kismetwunsch kommt, ne? Achso, stimmt, den hab ich vergessen. Drache? Ja, guck ihn die an, Alter. Der ist so ein Dini-Baui aus der Irrzeit. Ja, ist er echt. Boah, die Kone ist aber gewaltig. Gewaltig. Die ist Arsch. Sturzflug einfach. Ja, das, ja, ist schade. Damage, den ich mitnehme. Oh, da Glock die Muschel. Das war 10 KP. Alter. Ja, in jedem Fall hat er auch ganz viel KP, ne? Ja, aber Glockenmuschel OP, sag ich. Links. Das macht man im Schnee, du Idiot. Das war eben noch Schnee und dann kam Erderwärmung. Erderwärmung. Viel Ende, ja. Auch lecker. Saftig, praftig. Spannend werden. Bevor ich sterbe, gebe ich, glaube ich, mein Item noch weiter. Kambo wäre, let's go. Initiative, er holt sich da. Barmen, Symbiose. Nimm schnell die Wahlbrille, bevor es zu spät ist. Schnell, schnell. Und greif schnell an. Mit dem mächtigen Felswurf. Schon wieder 5-4-Attacke. Hä? Ja, ja. Wird auch wieder 5-4-Zwerden. Und der 4. crittert wieder. Und dann kills. Schade. Kein gezinkter Würfel. Kies mit Wunsch. Äh, lalalalalala. Aber das leb ich ja. Klar. Ich dachte, ich bin tot. Hey, du hast von noch ein bisschen... Du vloggest. Höchste Spätstatt in 8 Generationen Pokémon, Alter. Schattenstoff. Mit Walglas. 69 KP. Holy moly. 69? Ja, jetzt geht's ab. Mit Zugabe. Ja, mach eine Zugabe. Hättest du eine Zugabe, ob du es selbst machen sollen, dann hättest du es noch mal Kies mit Wunsch eingebaut. Du hättest bestimmt 5-Turz gesiegt. Fucklar. Ja, ist okay. Nimm mal mit. Beim nächsten Mal killtest du irgendwas? Äh, oh ja. Nein, meine Wahlbrille. Hahaha, Idiot. Und ich wirklich für die Wissenschaft hätte ich gerne gewusst, ob Wiederkäuer jetzt noch funktioniert hätte, obwohl ich jetzt eine Wahlbrille trage. Oh ja. Das wär für die Wissenschaft wichtig gewesen. Aber ist mir eigentlich auch egal. Scheiße, ey. Hast du irgendwie überhaupt den Mund verloren? Ja, schon 8. Okay. Ich hab ihn auf meinen letzten 56 KP. Ja, es muss jetzt aber langsam auch mal kill, 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 ne? Nee, 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 nee. Was eigentlich für ein Nassbocken du Horst? Du Horst. Oha! Tschö. Boah, ich glaube, dass Gardevoir das nicht alleine der Regel wird. Das ist auch keiner klar, die. Nee, das ist Gardevoir. Achso. Ja. Ja. Die Wuschelklappe. Und schon. Da klappt sie. Von Tränen. Er will weg. Er hat einfach nur Angst. Er will einfach nur weg. Er hat immer noch seinen Level 1-Move, ne? Loser. Die Loser. Boah. Boah. Ich glaub fast nicht, dass ich das noch gewinnen kann. Aber das Team fand ich so cool. Ja, und ich wär froh gewesen, ein Kombo los zu sein. Aber nein, was ist das? Ja, verstehe ich. Das ist meine Tara-Bäre. Ah, ja. Akzeptiert. Die hat meine Spezial-Verteidigung. Ja. Aber jetzt. Der Weg ist endlich vorbei. Ja, schon. Jetzt könnt's dann auch mal losgehen. Ne, jetzt gibt's noch mal schön, keine Ahnung, irgendwas. Und dein Gesicht, die, ja. Ja. Ist der Marsch. Oh, der Glock die Muschel noch mal. Schön. Ohne die Muschelglocke wärst du, glaub ich, schon echt tot gewesen, ne? Ja, kann gut sein. Boah, ich brauche jetzt Uplight-Heep, 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 Uplight-Heep. Oder Kripp-Level. Bin ich Kilt. Aber Para. Okay, Para into sechs Pulled Paras. Und ich fokuse rechts. Ja, chill. Siehst du? Heinz. Das ist meine Win-Con. Können ja schon mal mitzählen. Ich bin VGC-Profi, du auch, ich weiß, aber, ähm, das ist schon mein Fair jetzt, war du? Ja, weiß ich gar nicht. Oh, Alter, er lebt, Digga. Erst wieder Half-Life. Er lebt ihn ja komplett. Geiler Typ. Und noch die Glock, dann Glock die Muschel noch mit jetzt. Und bist du Half-Life jetzt? Ah, fast. Ziemlich, ja. Aber jetzt könnte ich mir mehr holen, wenn ich hier früher Kraft-Upsorber-Gebäse. Ne. Hä? Warum bin der denn so dringend weg hier? Ja, ich verstehe schon, warum. Aha. Keine Full-Fahrer. Ja, heimisch. Okay. Aber, der lebt das einfach wieder. Ja. Der Bastard stirbt nicht mal. Ja, damit hat ein Kombo gewonnen. Cool. Ich freue mich. Noch mehr Matches mit dem. Hype, 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 hype. Schreibt mal Hype in die Kommentare, wenn es euch auch freut. Und schreibt mal einen traurigen Smile in die Kommentare, wenn ihr lieber Thulia weitergesehen hättet. Kann man nichts machen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder im dann schon nächsten Runden-Dings. Halbfinale nennt man es. Halbfinale, richtig. Cool. Ciao. Ciao. Wow. 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 Wow.